So, und da sind wir auch schon wieder. Wir bauen jetzt direkt weiter am Bauernhaus. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es ein bisschen am Spacken ist. Ähm... Momentchen. So. Dann gehen wir direkt wieder zurück dahin. So, jetzt haben wir drei. Können wir uns ein Brot machen. Zack, hier kommt auch noch was hin. So. Hä? Ich werde eine Umfrage auf der Homepage entweder jetzt schon haben oder noch machen. Ähm, wann ich den ersten Map dauer... Also die Map, das erst mal zum Download freigeben soll. Entweder, sobald das Bauernhaus hier fertig ist. Oder... Nach der Erkundungstour, die ich noch vorhabe. Äh, damit ihr auch die... Wenn wir Melonen finden oder Pumpkins, damit ihr auch Melonen und Pumpkins habt. Und die Rohstoffe, die wir sammeln. Ja. Zack. Ähm. Hm. Machen wir direkt mit den Zäunen weiter. Ist der richtig? Der ist richtig. In der Testwelt hatte ich hier... Kabel anstatt... Gravel... Gravel... Warte, abzählen. Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, die beiden sind falsch. Da kommt das Zauntor hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Äh... Äh... Ähm... Ja. Wir brauchen ne Schaufel. Ey. Meins. So. Schaufel. Und kaum noch Zäune. Brauchen wir wieder neue. Eigentlich müsste das bis hier stimmen. Ja. Zack. Dann machen wir das anders. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ne, ich glaube... Hä? Nochmal! Eins, zwei, drei, vier. Fünf ist ein Tor. Eins, zwei... Eins, zwei, drei, vier. Da ist dann die Mitte. Eins, zwei, drei, vier. Da müsste ein Tor sein, oder nicht? Nein. Das ist ja immer noch falsch. Hier müsste das sein. Eins, zwei, drei. Und dann müsste da noch ein Tor sein. Eins, zwei, drei. Ups. So. So. Zack und zack. Zack und zack. Ähm... Aber so weit war das doch gar nicht, oder? Hm. Ich weiß es nicht. Ja, dann lassen wir das erst mal so. Und machen uns noch mehr Zäune. Erst mal das ganze Glas hier beseitigen. Und wir brauchen auch noch Tore. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, sechs, sieben. Sieben Tore brauchen wir. Zack. Ähm. Zack. Zack. Ja, cool. Dann machen wir erst mal. Acht. Acht ist gut. Jetzt habe ich die Sticks weggeschmissen. So. Keine mehr? Keine mehr. Zack. Okay. Kein Platz mehr. Genau gegenüber. Genau gegenüber. Zack. Zack. Und so. Okay, bis wohin geht das Gehege jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bis hierhin. Dann passt das doch. Cool. Habe ich mich vorhin verrechnet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber hier muss noch was abgetragen werden. So. So. Dann fehlt eigentlich nur noch die Bepflanzung, die Inneneinrichtung, das Dach und die Tiere. So viel ist das doch nicht mehr. Außer, dass das Dach am meisten braucht von Zeit und Holz. Äh, wo sind wir denn jetzt? So. So. Immer noch kein Platz. Zack, 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 Okay, die ersten zwei Gehege sind jetzt schon mal fertig. Ah! Ja, eins haben wir noch. Müssen wir uns wieder neue machen. Warum haben wir noch drei? Ah, genau. Eins. Zwei. Und drei. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Nein, das Holz brauchen wir. Nein, das Holz brauchen wir. Das Sugarrohr auch erstmal. So, ähm. Dann werden noch mal mehr Zäune gemacht. Na, das reicht erstmal. Und dann sind wir fertig mit den Zäunen und so. Aber irgendwie sieht das länger aus als das hier. Das ist mir aber jetzt egal. Ähm. Passt. So. Sind die Gehege fertig? Mist. Zack. Nein. So. Ähm. Jetzt. Geht's hier los. Wenn's nicht dunkel wird. Doch. Dann können wir uns direkt erstmal Wasser holen gehen. Das werden wir brauchen. Und leider haben wir keine Zweieimer. Jetzt haben wir zwei Eimer. Der Weg wird natürlich auch noch weitergeführt zum Bauernhaus. So wie zu allen Sachen, die wir hier bauen werden. Und gute Nacht. So. 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 Dafür müssen wir zum Crafting-Table. Hier. So. Zack. Der zweite Eimer. Und irgendwie immer noch kein Hunger. Okay, jetzt hab ich gerade Hunger bekommen. Genau wo ich's gesagt hab. Mein Wasser. Den Gravel nehmen wir uns auch mal mit. So. Hm. So. 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 Was ist denn los heute? Eins, zwei, drei. Erstmal das Gras hier wegmachen. Und da kommen unsere Melonen und unsere Kürbisse hin, sobald wir welche haben. Ähm. Bis hier hin. Okay. Hier eine Reihe. Da kommt Wasser hin. Reihe, Reihe, Wasser. Reihe, Reihe, Wasser. Und noch eine Reihe. Dann kann hier auch noch ein bisschen Gravel hin. Ja. So, jetzt brauch ich auch nur noch einen Eimer. So. Und so. Dann nehmen wir uns die Zuckerrohr und platzen sie direkt hier an. So. Zack. Wo haben wir denn die Seerosen hingetan? Oder haben wir keine mehr? Wenn wir keine mehr haben, müssen wir auf der Tour noch welche holen gehen. Ja, wir haben keine mehr. Und das hier wächst auch ziemlich doof. Ja. Ähm. Ja, dann war's das bis jetzt. Erstmal hier. Das heißt, wir gehen... Nichts mehr machen, weil wir jetzt gerade den Part zu Ende haben. Aber wir gehen in der nächsten Folge ein paar Tiere suchen. So. Ne, das brauchen wir. So. Haben wir denn eine Hoe? Wir machen uns eine. So. Dann werden wir die kleinen Felder in der nächsten Folge abholzen gehen. Also, bis zum nächsten Part. Dann geht's.